Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es ein Simi-Talk. Ja, seit langem mal wieder ein Simi-Talk und zwar mit einem, ich glaube, sehr, sehr interessanten Thema für alle. Und zwar lohnt es sich noch, eine Filmsammlung zu haben. Und los, herzlichen Mentor. Viel Spaß. So, das wird ein etwas längeres Thema, glaube ich. Daumen erstmal einen kleinen Schluck aus der Flasche. Ja, ich habe mir mal die Frage gestellt, lohnt es sich eigentlich noch, eine physische Filmsammlung zu besitzen? Also, Sachen als MRA oder ins Regal zu stellen oder auch als Edition, Steelbook, Mediabook oder ja, sonst wie weit. Lohnt es sich das eigentlich noch in der heutigen Zeit, das zu machen? Weil ich merke immer mehr, auch von Abonnenten oder auch in Social Media lese ich so diese Frage. Ja, wie gesagt, wir wissen, Streaming kommt mit voller Macht, voller Kraft. Lohnt es sich da wirklich noch, Sachen zu kaufen, viel Geld auszugeben für Editionen, die ihr Geld nicht wert sind? Ja, lohnt es sich noch? Lohnt es sich das noch? Diese Frage stelle ich mir persönlich auch selber und ja, will die auch mal ein bisschen an euch tragen. Wir können gerne unter diesem Video ein bisschen diskutieren. Aber ich habe auch noch eine bessere Idee, wir können, ich mache jetzt hier mein Video, erzähle so ein bisschen ein paar Punkte. Da kann ja jeder mal ein bisschen drüber nachdenken und können das denn mal nutzen als Grundlage für einen Livestream mit dem Cinemanuel, den Kurt, den Ralf, den Julian, um vielleicht da mal ein bisschen oder vielleicht auch noch ein paar Gastleute mit dabei, auch aus dieser Sammel-Community, um dann vielleicht doch mal ihre Meinung zu hören. Und ja, ihr wisst ja selber, dass viele andere auch, ja auch Sammler jetzt, ja, entweder ihre Sammlung verkleinern oder teilweise sogar aufgehört haben zu sammeln. Und ich möchte mal ein bisschen darüber berichten, wie ich das gerade so mache oder wie das bei mir so gerade der Stand der Dinge ist. Ihr habt ja auch schon gemerkt, dass ich viel, viel weniger Unboxing-Videos mache. Und ja, darum wollte ich jetzt mal so ein bisschen, wie gesagt, diese Frage mal so in den Raum stellen. Ich werde jetzt ein paar Sachen dazu sagen und ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wie gesagt, es gibt ja Filme. Es gibt Filme, die wir auf Disc haben. Es gibt Filme, Streaming-Dienste. Ich möchte jetzt nicht, wie gesagt, Streaming-Dienst ist ein großer Punkt heutzutage. Darüber kommt man nicht mehr dran vorbei, ist einfach so. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass ich ja mal ein Video gemacht habe, wo ich, ja, die Disc, da müssen wir nicht drüber reden, ist halt einfach immer noch die beste Qualität, wenn es jetzt um Qualität geht. Da habe ich mal ein Video gemacht, wo ich das ein bisschen erklärt habe. Ich verlinke euch das mal hier oben. Da müssen wir jetzt hier gar nicht drüber diskutieren. Auf Disc ist jetzt zur Zeit momentan, hat man dort halt die beste Qualität. Das ist halt einfach so. In diesem anderen Video erkläre ich euch das auch nochmal ganz genau. Natürlich hat die Disc immer noch Vorteile, wenn Streaming-Dienst abschaltet, dann ist es weg. Dann ist alles vorbei. Aus. Ja, euch gehört das nicht wirklich, was ihr da habt, sondern es ist halt nur digital. Dabei müssen wir jetzt auch nicht groß diskutieren. Aber der Punkt ist halt der, dass ich zum Beispiel persönlich kaufe mir keine MRAs mehr. Bin ich ganz ehrlich. Ganz, ganz selten noch, aber ich sage mal, so gut wie gar nicht mehr. Ich habe früher zum Beispiel immer noch viel zugeschlagen bei diesen, weiß ich hier, 10 für 50, war das so? Ja, 10 Filme für 50 Euro bei Amazon, um zum Beispiel die Sammlung nochmal, man hat ja immer so Filme, ach, den will ich jetzt noch haben, den will ich noch in die Sammlung haben. Und dann habe ich da viel zugeschlagen bei MRAs. Hab sogar, bin ich ganz ehrlich, ich bin viele Filme hier noch in meinem Regal zu stehen. Da ist noch die Folie drum. Ja, ich habe die bis jetzt noch nicht geguckt. Das ist auch so ein Punkt, der jetzt hier gleich mit reinspielen wird. Wie oft schaue ich eigentlich meine Filme? Wichtiger Punkt, ja. Ja, nichtsdestotrotz auch noch, ja, wie gesagt, es gibt, man könnte jetzt auch viel, viel abschweifen von diesem Thema. Ja, aber ich möchte ein bisschen immer wieder zurückkommen, wieder auf diese Grundfrage. Lohnt es sich noch, eine Filmsammlung zu besitzen? Ähm, ich muss ein bisschen auch weiter zurückgehen, um das beantworten zu können. Äh, früher, ich bin ja Sammler schon seit zig Jahren. Ich habe damals mit VHS angefangen, dann die DVD, ja, dann die Blu-ray, jetzt halt die UAD und Blu-ray. Äh, ja, wie gesagt, ich wollte immer alles zu Hause haben, immer alles im Regal und gute Filme auch in einer super schicken Edition haben. Ähm, teilweise habe ich ja Filme in mehreren, ihr könnt es ja hier oben auch sehen, an John Wick zum Beispiel. Oder seht ihr jetzt hier gar nicht, äh, ist ein bisschen zu hoch für euch. Ja, äh, in mehreren Editionen, äh, ja, das fand ich cool, aber in letzter Zeit ist mir so bewusst hinkommen, viele Sachen stehen einfach nur im Regal. Viele Steelbooks, die stellst du dir, da freust du dich, wenn du dir die kaufst, wenn sie gut sind, machst du auf. Ja, auch so eine Edition, dann packst du die aus, freust dich drüber, stellst du dir ins Regal. Dann steht sie da. Ja, äh, ich sag mal, ja, so, bei mir ist es so, dass ich viele Sachen jetzt schon teilweise verkauft habe, weil ich, wie gesagt, das sind für mich, äh, man muss auch sehen, das ist eine Menge Geld, die man in seine Sammlung steckt. Äh, und man muss immer abwägen, wie wichtig ist das noch im Leben für einen. Für mich reicht es, wenn ich zum Beispiel einen coolen Film in einer coolen Edition habe. Äh, das reicht mir jetzt heutzutage, aber da muss die Edition auch ihr Geld wert sein, ja. Äh, ich rede jetzt nicht von so einem beschissenen Steelbook hier in UAD 4K für 40 Euro, wie Bad Boys zum Beispiel, oder hier in 1917, ähm, das meine ich jetzt nicht. Das sind jetzt, da ist der Preis, das ist wieder ein anderes Thema, da ist der Preis total überteuert für diese Edition. Das, äh, das muss ich auch nicht mehr haben, aber wenn zum Beispiel, wie die Farbe aus dem All, wenn das sowas ist, wo der Film richtig geil ist, wo ich sage, wow, da haben sich die Leute Mühe gegeben, denn sowas stelle ich mir dann gerne auch nochmal ins Regal und hole es mir. Aber die Sache ist die, ähm, so eine Sammlung kostet halt einfach viel Geld, ja. Man könnte die Sammlung noch natürlich mit schön, was ich auch gut finde, was auch viele Sammler machen, mit Figuren aufwerten, aber da sage ich dann gar nicht, so eine Hotdox-Figur ist geil. Bin ich wirklich bei jedem dabei? Oder so eine Statuhr, äh, von Zeitshow oder so, die sind geil. Die sind geil und ich finde auch bei Manuel geil, diese Zeitschuh-Statuen, die er hat, die sind, die sind der Wahnsinn, ja. Will ich jetzt nicht abstreiten, aber ich bin ganz ehrlich, nee. Da, ähm, wie gesagt, die stellt man sich ja auch nur ins Regal. Ich finde die zwar auch geil, jedes Mal, wenn ich die sehen würde, finde ich die cool. Punkt ist aber der, was könnte man noch mit diesem geilen Geld machen? Man könnte mal cool wegfliegen mit seiner Freundin irgendwo hin, was, was cooles unternehmen oder sich irgendwas anderes Geiles kaufen, was man öfters benutzt, ja. Wie zum Beispiel, ja, wenn ich einen Staubsauger, nein, war ein blödes Beispiel, aber, äh, ich bin zum Beispiel jetzt auch jemand, der lieber sein Geld in einen vernünftigen Fernseher steckt, vernünftige Soundanlage, ja, das ist ja das Nächste. Viele Sammler, muss man auch ganz ehrlich gestehen, die haben ja wirklich zig Filme in zigtausend geilen Editionen, aber haben einen total beschissenen Fernseher und einen total beschissenen Sound. Äh, für mich ist mehr wieder der Film im Vordergrund gerückt. Nicht nur die Edition, sondern mehr wirklich der Film, so dass ich zum Beispiel auch sage, dass ich meine Reihen zum Beispiel nicht vervollständigen muss. Manchmal war es ja so, du hast eine Filmreihe angefangen, wo der erste Teil war, der zweite Teil geil war, dann kam der dritte, vierte Teil, wo du denkst, oh Gott, die Filme sind richtig scheiße geworden, aber naja, hole ich mir den noch, zum Beispiel Predator zum Beispiel, da, ja, da ist für mich einfach nur Teil 1 und 2 gut, der Rest ist wirklich, naja, nicht der Rede wert, dann muss ich die nicht in einer schicken Edition bei mir im Regal zu stehen haben. Ja, darüber bin ich hinweg. Das nächste ist, man muss sagen, dass viele Filme heutzutage, es gibt einfach auch zu viel, es wird zu beliebig alles. Äh, was ich immer, ihr seht es ja auch in meinen Reviews, was ich immer anprange, äh, viele Filme auch durch die CGI werden, haben diese Beliebigkeit, die werden so, es ist fast alles identisch, ähm, ja, weil es auch viel zu viele Filme, es kommen viel zu viele Blockbuster im Jahr raus, ähm, das ist alles so, man muss sich mal vorstellen, wie war das vor ein paar Jahren, da ist man zur Videothek gefahren, hat sich einen Film ausgeborgt, ähm, oder hat sich einen Film gekauft, und da hat man mehrmals gekackt, äh, gekackt, geschaut, ja. Heutzutage ist einfach, es kommen viel zu viele, du hast ja hier einen Stapel, der ist zu hoch, die musst du erstmal alle weggucken, ja, denn Streaming-Dienst, es kommen neue Serien, die willst du gucken, es kommt ein neuer Film, die willst du gucken, du kommst ja gar nicht mehr hinterher an dieser schnelllebigen Zeit, die wir haben, ja. Ähm, kommen wir nochmal zu früher zu sprechen. Genau, wir sehen ja jetzt, äh, wie war es zum Beispiel mit der Musik, ja. Die Musik zum Beispiel, damals hat man sich Musik-CDs gekauft, ja. Heutzutage bin ich ganz ehrlich, ich kaufe mir noch Musik-CDs, Musikalben, aber nur in einer schicken Edition, um vielleicht den, den, äh, Künstler zu unterstützen, ja. Wenn eine coole CD rauskommt, cooles Album, dann mit, mit, äh, T-Shirt oder was weiß ich dabei ist, bin ich gern bereit, das zu kaufen, aber bei mir ist es so, ich hab, glaub ich, auch so, ich hab gar kein Gerät mehr wirklich, doch hab ja einen Player eigentlich, äh, der ist, wo ich das abspielen kann. Meistens landen die CDs gleich wieder die Alben irgendwo im Regal, weil die Musik hör ich mir dann über Spotify an, ja. Äh, das ist auch so ein Thema, äh, das ist so, das spiegelt sich jetzt langsam in dieser Filmbranche wieder, ja. Was man aber sagen muss, ist, dass viel falsch läuft, diesen Streaming-Diensten, aber das ist jetzt schon wieder ein ganz anderes Thema, auf was ich hinauslaufe, ja. Ähm, die Filmindustrie, sprechen wir mal ganz kurz drüber, die Filmindustrie merkt halt einfach, dass sie, äh, sieht es ja, Musik war ja das Erste. Musik ist einfach Streaming, das macht fast jeder, kaum holt sich, kaum jemand holt sich noch eine Musik-CD. Ja, ist einfach so, ähm, weil es einfach viel bequemer ist, aber Nachteil davon ist, das beschneidet sich jetzt auch zu den Filmen, ist einfach, äh, früher hast du dir ein Musikalbum gekauft und hast es wochenlang hoch und runter gehört. Du wusstest, wo ist welcher Track, welcher gefällt dir heute, durch die Beliebigkeit auch an Musik, an diesen schnellen Zugriff, den wir haben. Ja, ja, hörst du dir das Album ein, zwei Mal an und dann, ja, ja, ist okay, war gut. Aber so wirklich dich da mit Beschäftigenden auseinandersetzen, macht man eigentlich nicht mehr. Und das ist so dieses Spiegel, den wir jetzt Film-Streaming-Dienste haben, meiner Meinung nach. Der Punkt ist aber noch der, dass wir halt, äh, dass die Filmindustrie merkt, okay, was dem Musikdienst passiert ist, das versuchen wir zu verhindern, weil diese ganzen, ich glaube, Napster oder wie es vorher hieß jetzt, dann Spotify, Apple Music, die haben ja ganz schön viel Macht, äh, so dass zum Beispiel einzigen Musiklabels mit ihren so einem Streaming-Dienst gar nicht mehr auf die Beine stellen können, weil sie nicht genutzt werden würden, ja. Das versuchen natürlich jetzt die ganzen Filmanbieter anders zu machen und dadurch haut jetzt jeder natürlich seinen Streaming-Dienst raus, was natürlich Kacke für den Endverbraucher für uns ist. Aber ja, erstmal kurz einen Schluck trinken. Aber ich merke, ich schweife ein bisschen ab von diesem Grundthema, was ich wollte eigentlich. Und zwar ist es noch wichtig, äh, oder notwendig, eine eigene Sammlung zu haben. Die Sache ist die, früher hat man Sachen gesammelt, weil man da ja gar nicht anders rangekommen ist. Man hatte den Film zu Hause, man konnte ihn jederzeit gucken, was man wollte, weil es war ja auch schwierig, äh, ja, man musste entweder zur Viothek fahren, Zeit aufbringen, ja, man wusste nicht, ob der Film da ist oder ausgeliehen ist, ja, das wusste man alles nicht. Oder, wie gesagt, man hat sich den Film gekauft und hat ihn zu Hause gehabt und konnte ihn gucken, wann man wollte. Heutzutage ist es ja so, dass man wirklich 90, ich würde sagen, 90 Prozent aller Filme innerhalb von Sekunden haben kann. Ist einfach so. Ja, man hat Netflix, Amazon Prime, äh, ja, iTunes. Man kriegt wirklich fast, ich sag, wie gesagt, 90 Prozent, würde ich sagen. Wie gesagt, natürlich so eine generelle Filme oder so eine, so eine Horror-Sachen oder Sachen, die es vielleicht nicht mehr auf DVD gibt oder auf sowas kriegt man vielleicht jetzt nicht. Aber das sind ja wirklich ein ganz kleiner Prozentteil der Leute, die so eine Filme gucken, sage ich jetzt mal. Aber ich sage mal so, diesen Mainstream oder selbst so Arthouse-mäßige Filme kriegt man zu 90 Prozent, bin ich der Meinung, innerhalb von Sekunden. Es gibt sogar Apps auf dem Handy, wo man den Film eingibt und dann sagt er denen, auf welcher Plattform steht dieser Film zur Verfügung, wo ist damit halt im Grund, Abo dabei oder wo kann man ihn leihen, wo kann man ihn kaufen und dann stehen sogar die Preise dabei. Man muss halt nicht mal jeden Dienst anschmeißen und so gucken, wo finde ich jetzt den Film, man nimmt sich so eine App, oh, jetzt habe ich gewackelt hier, nimmt sich so eine App, guckt rein und weiß genau, wo ist er am günstigsten oder wo ist er mit dem Abo-Modell mit dabei und schon kann ich den Film gucken. Das ist heute so, ja, das ist auch ein Fortschritt, das ist auch gut, ja. Und darum kommen wir jetzt wieder zu der Frage, muss ich denn wirklich nur alle Filme haben? Bei mir ist es nämlich so, bin ich ganz ehrlich, wie oft schaut man sich einen Film an, auch einen seiner Lieblingsfilme, wie oft schaut man sich die an, mehrmals im Jahr, alle zehn Jahre. Ich bin zum Beispiel großer James-Bond-Film-Fan, mag die alten James-Bond-Filme alle und bei mir ist es so, dass ich vielleicht sage, ich gucke die so alle fünf Jahre einmal. Dann mache ich dann so einen Marathon, gucke mir die alle hintereinander an. Das mache ich vielleicht so alle fünf Jahre, aber nicht öfter. Ja, oder wie oft schaut man sich, ja, ich habe zum Beispiel einen Film, den ich jedes Jahr gucke. Und das ist eine schöne Bescherung hier, den gucke ich jedes Jahr zu Heiligabend, vormittags mit einem Whisky, schaue ich mir diesen Film an. Das ist wirklich so ein Ritual, es gibt manche, die haben so Rituals, die gucken Filme dann zu einem bestimmten Tag im Jahr. Ja, bei mir ist es der Film immer zur Weihnachtszeit halt rum, bei mir jetzt, wie gesagt, Heiligabend, erstmal kurz Prost, schaue ich mir diesen Film an. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, ich habe zum Beispiel jetzt ein paar alte Filme, Top Gun nachgeholt, äh, was heißt nachgeholt, Top Gun mal wieder geschaut, aber da ist mir aber nicht aufgefallen, wann hast du den das letzte Mal, diesen Film gesehen? Ja, bei mir ist es wirklich so, oder Rambo zum Beispiel, ja, oder Star Wars, die alten Filme. Ja, bei mir ist es wirklich so, äh, ich hatte die Filme teilweise, Indiana Jones zum Beispiel auch, auch so ein bestes Beispiel, so die Filme alle so auf VHS damals, hab die mir damals dann alle auf DVD geholt. Hab sie mir alle angeschaut, als sie auf DVD rauskam, weil ich wissen wollte, wie ist die Qualität, dann sind die Filme alle auf Blu-ray erschienen. Ja, dann hat man sich natürlich die Blu-ray davon geholt, weil man wissen wollte, Mensch, wie sehen die, und dann hat man sie sich dann auf Blu-ray angeschaut. So, jetzt kommen die meisten alten Filme in 4K raus, und was macht man? Man holt sich die 4K und schaut sie sich jetzt erst wieder an und zwischendurch. Eigentlich nein. Ja, immer nur mit diesem Sprung zu einem neuen Medium, schaut man sich diese alten Filme, so geht es mir persönlich, wie da ein Top Gun war es zum Beispiel so, den hatte ich letztes Mal, den hab ich noch nicht mal auf Blu-ray gesehen, ich hatte mir, den kannte ich nur auf DVD, also schon weit länger als 15 Jahre her, wo ich den, glaube ich, das letzte Mal gesehen hab, das war noch auf DVD. Ich hatte mir sogar mal die Blu-ray gekauft und hab gesagt, Mensch, irgendwann guckst du den mal an, dann kam jetzt Top Gun 2 Trailer letztes Jahr, hab ich gesagt, Mensch, mhm, müsstest du mal wieder, kurz vorher guckst du den mal wieder Top Gun 1 an, und dann kam der jetzt im 4K, UHD, naja, hab ich mir gekauft bei iTunes für 5,99, und hab mir angeschaut. Ja, und so geht es mir eigentlich wirklich mit vielen Filmen, und da stellt man sich die Frage, muss man die wirklich im Regal zu stehen haben? Ja, äh, viele Filme jetzt, die ich jetzt oft in letzter Zeit geschaut hab, waren auch so Filme, die in den letzten Jahren erschienen sind vielleicht, zum Beispiel, die mich wirklich sehr, sehr überzeugt haben, zum Beispiel, ähm, äh, Once Upon a Time in Hollywood, so die ganzen Cretan-Termintino-Filme, schau ich mir öfters mal an, aber da muss ich auch sagen, Pulp Fiction zum Beispiel, hab ich das letzte Mal auch vor, weiß ich nicht, 6, 7 Jahren geschaut, hab ich jetzt mal wieder Bock drauf, aber ist schon wieder sehr, sehr lange her, äh, und darum, wie oft schaut man sich die Filme an, und muss man die denn wirklich in der Sammlung haben, auch bei diesen Filmen, Rambo zum Beispiel, da war es auch so, die hab ich mir letztes Mal angeschaut, als die auf Blu-ray erschienen sind, wo ich mir dann diese Blu-ray-Box, wo alle drei Teile drinne waren, dann hab ich mir, äh, die jetzt angeschaut, weil sie im 4K rausgekommen sind. Ja, also, darum, also ich bin jetzt persönlich so, also bei mir ist es jetzt so, dass ich wirklich aufgehört habe, Rambo-Rays zu sammeln, bin ich ganz ehrlich, äh, weil, ja, erstmal Platz, ja, sieht zwar schick aus, wenn ich da jetzt, ich gucke jetzt hier drüber, so im Regal zu stehen habe, aber, wie gesagt, es gab mal eine Zeit, da hab ich mir wirklich alles, was rauskam, gekauft, aber jetzt, viele Filme sind ja auch, weil viele, die neuen Filme auch so belanglos sind, die guckt man sich eh nur einmal an. Ich hab zum Beispiel jetzt den letzten Rambo, Last Blood, hab ich im Kino gesehen, okay, gut, hab den Film jetzt auch noch nicht wieder gesehen, und hab mir auch, kaufen wir auch nicht, fand ihn ja letztens nicht so gut, oder es gibt so einige Filme, ja, den Halloween, den letzten zum Beispiel, ja, im Kino gesehen, reicht aus. Ja, also das sind so, ja, Sachen, mit denen ich mich jetzt in letzter Zeit sehr beschäftige, und dann waren es Social Media zum Beispiel, war jetzt auch, äh, hat sich jemand beschwert oder so, dass so, zum Beispiel hab ich gelesen, dass im Mediamarkt oder Saturn, so diese Regale immer kleiner wären, mit Filme, weil jetzt auch viele Filmsammler ja schon kacke, einen Film mehr kaufen. Da muss ich ehrlich sagen, bei mir gibt's ja hier in der Gegend, nicht so einen Markt, so in dieser Art, ich müsste ein bisschen weiter dafür fahren, äh, und ich war nie so ein Freund davon, durch diese Regale zu rennen, noch nie, mich hat das immer genervt, dann hast du einen Film gesucht, dann im Alphabet, dann lag er nicht da, dann haben sie ihn nicht gehabt, und das hat mich immer schon angekotzt, dieses Rumstöbern, höchstens mal bei der Angebote mal so lang, lang gestöbert, aber, das war's dann auch, ja, so richtig Bock darauf hatte ich wirklich nie, wenn dann hab ich mir Amazon in Filmen, selbst bei Amazon, wenn dann diese ganzen Angebote sind hier, wie gesagt, dieses Beispiel, wo dann hier 10 Filme für 50 Euro, selbst da hatte ich manchmal schon gar keine Lust mehr, irgendwie, wenn dann schon die 10. Seite kam, und du bist beim Durchblättern, äh, hat mich da schon angekotzt, ja, ja, was soll ich sagen, äh, die Frage, für mich persönlich jetzt so beantwortet, ich würde sagen, nein, auch als Filmsammler muss man nicht mehr alles sammeln, wie gesagt, weil jetzt auch noch dazu kommt, dass viele Editionen, viele Filme, zu teuer, äh, zu, ja, minderwertig in der Edition, äh, 4Ks, UHDs meiner Meinung nach auch zu teuer sind, gerade bei uns in Deutschland, man muss sehen, im Ausland sind die meist günstiger, aber hier in Deutschland kaufen die Leute immer noch diese Disc, was ist ja auch gut, äh, ja, für den Filmmarkt natürlich, aber ich persönlich, Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir können ja mal 1917 als Beispiel nehmen, da hat ja dieses 4K-Steebook, ich glaube im Endeffekt, ja, kostet glaube ich 39 Euro, oder ich weiß nicht, ob es zum Anfang für 35 mal zu bestellen war, äh, das 2, also das normale Blu-ray-Steebook für 26 Euro, und ich glaube, die normale M-Array, selbst die sollte wohl, kostet 18, 19 Euro, und ich glaube, die 4K-M-Array liegt auch so bei, um die 30 Euro, glaube ich, 28 und 29 Euro, ja, bei iTunes kriegst du ihn für 13,99 in 4K, Dolby Vision, alles mögliche dabei, äh, ja, da stellt sich halt noch die Frage, wenn man jetzt noch, ich weiß nicht, drei, vier Wochen wartet, kriegst du ihn vielleicht schon für 9,99 oder teilweise für 5,99 bei iTunes, äh, in 4K, und dann, pah, da stellt sich die Frage, wieso sollte ich mir diesen Film denn noch kaufen, ja, wie gesagt, Qualität, hatte ich ein Video gemacht, aber ich sag mal, ich will ja noch dazu sagen, Qualität ist glaube ich 90% der normalen Blu-Ray-Shower-Käufer, URD-Käufer, haben glaube ich auch nicht das Equipment dazu, um einen Unterschied zwischen Streaming und, äh, Dings, weil du brauchst einen teuren Fernseher, teuren Player, teure Soundanlage, ja, also das geht ja glaube ich erst ab, ich sag mal, werf jetzt mal einen Zahlenraum, ab 5000 Euro aufwärts, mindestens, um überhaupt, äh, den Unterschied von dieser Qualität, also mit einem 1000 Euro Fernseher, mit einem Blu-Ray-Player für 100 Euro, also URD-Player für 100 Euro, und, und, äh, Verstärker hier mit Boxen für 500 Euro, glaube ich, brauchst du nicht, äh, sagen, du merkst da einen Unterschied zwischen einer Disc-Version und, äh, Streaming, ja, und das kommt noch dazu, das haben, darum, die wenigsten Leute haben das Geld, um da einen Unterschied zu merken, und die Leute, ja, die können natürlich noch die Disc dann kaufen, natürlich, ist ja logisch, wenn die schon so viel Geld für ihr Equipment ausgegeben haben, äh, können sie, haben sie auch noch genug Geld über für die Disc, aber wie gesagt, wie oft schaut man das denn wieder, das ist wieder diese andere Frage, die man sich stellen muss, wie oft schaut man sich diesen Film an, ja, es sind viele Fragen, die ich hier gestellt habe, und nicht so viele ich beantwortet habe, weil es ist wirklich schwierig, ähm, und ich glaube, wir könnten da einen Livestream machen zu, wo wir mit euch zusammen das ein bisschen ergründen können, mal gucken, wie die anderen die Meinung dazu haben, ist jetzt, ich hab das jetzt alles so ein bisschen leicht angeschnitten, bin noch ein bisschen hin und her gesprungen in den Themen, nochmal kurz einen kleinen Schluck, ohne jetzt einen roten Faden zu haben, ich denke mal, das ist okay gewesen, ich hoffe mal, ihr seid überhaupt noch dran, nee, aber das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Frage, auf die ich jetzt immer häufiger gestoßen bin, bei mir zum Beispiel auch im Freundeskreis, ist so gut wie, also ist eigentlich niemand mehr, der sich überhaupt eine Disc-Version irgendwie holt, der sich irgendwie eine Blu-ray holt, oder irgendwie was, die gucken alle nur noch über Stream, da kauft sich keiner mehr irgendwas, und darum denke ich mal, wirklich das Streaming, dass wir das bald, ich denke mal, so lange wird es gar nicht mehr dauern, dass es so sein wird, wie im Musikmarkt halt, dass wir dann wirklich, wie gesagt, es wird immer noch Disc-Versionen geben, aber man merkt es ja jetzt auch schon, dass zum Beispiel, viele Filme zum Beispiel in 4K, gar nicht mehr auf Disc bei uns erscheinen, oder Serien zum Beispiel, die erst auf Blu-ray erschienen sind, wie gesagt, Staffel 1, 2 und 3, Fächer Blu, und die 4. kam dann nur noch auf DVD, ja, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, das ist natürlich traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es wird trotzdem noch diese Edition, denke ich mal, geben, wie gesagt, man sieht es ja auch im Musikmarkt, dass da immer noch Filme, und dass, Filme sage ich schon, Alben immer noch erscheinen, und ich denke mal, das wird auch, ja, so beim Filmmarkt, denke ich mal, auch passieren, oder so bleiben, denke ich mal, gehe ich mal jetzt fest von aus. Ich würde jetzt auch zum Ende kommen, weil, ganz schön lange ein Quatsch hier, wie gesagt, ich würde dieses Thema noch mal im nächsten Livestream aufgreifen, könnt mal gerne in den Kommentar schreiben, wie ihr das so seht, ob ihr da Bock drauf habt, auf dieses Thema, was eure Meinung ist, wir können auch ein bisschen in den Kommentaren dazu ein bisschen diskutieren, aber das war jetzt mal so ein Thema, was ich einfach mal ansprechen wollte, ein bisschen loswerden wollte, oder ein bisschen besser darüber reden wollte, und man wissen wollte, wie Leute das da draußen so sehen, ja, in diesem Sinne, soll es das auch gewesen sein, vielen Dank für's Zuschauen, und wir sehen uns beim nächsten Video, bis dann, ciao.